Hallo, mein Name ist Stefan Becker. Ich möchte euch in diesem Video die Duplo-Cast-Haken vorstellen. Die Duplo-Cast-Haken erleichtern das Befestigen eines Duplos mit Hilfe einer Cast-Binde. Eine Cast-Binde ist eine Fiberglas-Binde, die unter Wassereinfluss aushärtet. Sie wird in den meisten Fällen für therapeutische Zwecke eingesetzt. Die Befestigung der Cast-Haken am Duplo ist sehr einfach. Ihr nehmt die mitgelieferten Schrauben, steckt sie von der Tragefläche in die Nagelöcher des Duplos, haltet den Cast-Haken unten dran und schraubt ihn mit dem Akkuschrauber fest, bis die Schraube im Tragerandbereich versenkt ist. Nachdem ihr alle Haken mit den Schrauben befestigt habt, müsst ihr die überständigen Schrauben mit dem Winkelschleifer einkürzen. Im Anschluss daran bringt ihr die Haken auf Vorspannung und platziert den Duplo am Huf. Dann könnt ihr mit dem Wickeln anfangen. Wenn der Cast ausgehärtet ist, achtet bitte darauf, dass der Saumannbereich freigeschnitten wird. und der Beilenbereich freigeschnitten ist. Der Vorteil bei diesem System liegt darin, dass der Cast nicht auf der Lauffläche des Duplos zum Liegen kommt und somit auch nicht durchgelaufen wird. und der Beilenbereich freigeschnitten ist. . . Vielen Dank.